Hallo Freunde, kurz im Film, Boss, kurz im Video meine Freunde, Kapo reden über das Verhältnis mit Nemo. Er meint irgendwie, dass dieses Kapiuno, oder wie das auch hieß, das Album, sehr gut war. Er fand es sehr gut, aber Nemo ist der Meinung, dass er es nicht gut fand. Okay, einige Songs waren ganz nice, aber den größten Teil hab ich irgendwie auch nicht so gefeiert. Tut mir leid, Leute, aber Kapo meint, er will einen zweiten Teil machen. Kapo! Aber was ist so eine Sache, Digga? Das Album ist 2017 und die Leute peilen das erst 2021. Wie soll denn das abgehen, wenn ihr das nächstes Jahr macht? Dann peilen es die Leute erst 2028. Digga, so viele Jahre und dann macht ihr ein paar gute Verkäufe und am Ende bleibt ihr doch auf dem Haufen Boxen sitzen. Also sowas ist nicht gut, ihr müsst dann eurem Marketing arbeiten. Fragt doch einfach den Boss, 100k ist doch nichts für euch. Ihr habt doch genug Asche. Ich bin eurem Marketing und dann mach ich euch reich, meine Freunde. Die Millionen sitzen auf, ähm, ihr sitzt auf Millionen, ihr habt Talent, man. Aber ihr braucht einen Marketing-Boss wie du dann. Boss. Okay, meine Freunde, das war's wie du von du dann. Boss. Aber dann gleich nicht vergessen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. auf Wiedersehen. Tschüss. herzlich.